so einen wunderschönen guten morgen hier aus camp blind fort ich habe was richtig cooles gefunden bei youtube und zwar ich habe ein video gesehen guck mal hier kann es vielleicht aufnehmen der hat das ding in der hand und nimmt sich selber auf wie geht das sieht aus wie ein videospiel ja und dann habe ich gedacht brauche ich ja guck mal wie cool wir können autos damit aufnehmen alles also das ist ja das ist ja normal deswegen was ist das insta 360 weil wenn das wirklich so funktioniert wie es funktioniert ist bei youtube aussieht da ist das kraft dann brauchen wir unsere gruppe nicht mehr das alles so geil stabil ja aber da steht drauf aber die frage ist wenn du das drei meter ausfährst und das muss auch schon stabil sein das ist kaputt ja ich liebe kaputt richtig so ich verstehe nicht wie das funktioniert weißt wofür das ist da kannst du von hier aus in meinem büro reingucken das exakt mitarbeiter macht zum beispiel 500 dollar scheine das kann ich zum beispiel allerdings hier benutzen ja fühlt sich alles wertig an ich habe gedacht ok kenne ich nicht also ich kann das zumindest nicht ach das war noch länger zu sehen so er fühlt sich alles gut an riesiger stab das ist für hand das hat nicht schön aber das ist hier sicherheitsverpackt und sicherheitsverpackung mann was ich mich immer wundert ne die kameras wenn heutzutage so mini gebaut wahnsinn wirklich 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 wahnsinn was das für dinge also aus aus metall also ich finde das viel viel besser ich meine bis jetzt haben wir immer gopros gehabt aber stimmt das von der qualität ah wie geil ist das ein verschluss ist denn woher jetzt also wir wollen wir wollen jetzt für euch auch richtig coole videos sehen vor allen dingen ist es ja auch viel einfacher wenn du in der sicht wählen kannst im nachhinein ist doch perfekt was ist das aussieht wenn er wieder diese klingel die zu hause hat ring auch mit der kamera ja also bei mir quasi hier so kloppt da drückt drauf und sehe ich vorher ob ich auch machen soll oder nicht ich bin gespannt ob das funktioniert wer nicht einzige was ich mich gerade frage ist da ist keine schutzwürde also wenn das muss echt halten wir haben warte mal gucken hier ich habe mich schon die app runtergeladen das war ein display krass krass hier aber nicht was mache ich denn jetzt hier das ist schon cool das ist auch so ein kleberding wie bei der gopro das kriegst du dann nie wieder ab ach vielleicht ist das hier an man sieht der belzer hat das noch nicht benutzt so jetzt machen wir die kamera an also wie so ein ding der spieler natürlich aber voll ja ja na komm verbinden ok ach so hier kann oh touch uuuu 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 achi machen wir nicht so stress ach k kittens wie geht das jetzt oh du wirst du ein stoppen 대onymous gar nichtū warte da bist du meine hand dann irgendwie mindestens zu mir kippen ja mach doch du biscuit hä wie kass ist das denn Guck mal, ich kann mich selber aufnehmen. Wie egal ist das denn? Wie egal ist das denn? Ey, das ist ja echt cool. Guck mal, wie ich die Kamera halte. Ja. Leute, ehrlich, jetzt guck mal, wie krass das ist. Ich kann mich selber nur sehen. Obwohl die Kamera wirklich flach liegt. Krass. Komm mal, so. So. Das Bildschirm so sehen oder was? Und wo nimmst du das auf? Auf dem Handy oder? Nee, auf der Speicherkarte. Echt jetzt? Krass. Warte, ich glaube, ich bin zu hoch, glaube ich, oder? Guck mal, wie ruhig. So ruhig kannst du deine Kamera nicht so halten. Nee. Ich kann das hier machen. Ich bin das gar nicht gewohnt. Boah, krass. Wow. Ey, wir können da wirklich coole Aufnahmen machen. Ich glaube auch. Sieht ein bisschen so aus, als ob du mit Antenne durch die Gegend gläufst, aber. Ich bin gespannt, ob die Aufnahmen so klar werden. Ja. Guck mal hier. Ich dreh die Kamera die ganze Zeit. Du musst einfach nur gerade halten, ne? Mhm. Achso, geil. Das ist ja mal cool. Oder? Ja. Warte, ich kann mal, ob sie selber sehen, weißt du? Aber da sehe ich, wenn ich die sehe, sehe ich mich nicht. Nee, da bist du. Guck mal. Hier, schau mal. Belzec. Also hier, Belzec fährt gleich. Ja, von einem Brömmler, vom Nusser Brömmler, haben wir das Ding ausgeliehen bekommen. Der Gerät. Damit der Belzec erst mal fahren üben kann. Wir haben den ganzen Fack auf, hier ein bisschen umgebaut. Und zwar stehen die ganzen schönen Motorräder von uns. Der Mustang. Hier ist ein Experten. Voll die geile Kamera. Die ist echt geil. Nein, nein, nein. Ehrlich jetzt. Die ist auf jeden Fall fertig schon. Das ist so weit wie draußen. Ja, nicht so weit wie, ich glaube, das kannst du verstehen. Ach, 360 Grad. Ja, guck mal, wie geht das denn? Guck mal, nach unten drehen. Nach oben drehen. Ähm, ja, kriegen wir doch mal ein DRL. Ich stecke das einfach als eins Hände oben auf mein Auto drauf. Dann habe ich auch so eine 360 Grad Kampel. Nein, aber weißt du, was man kann? Die Autos, die Schiebe da haben. Oh, das wird auf jeden Fall. Ja, hast du den Ding raus holen. Oh, das ist gleich das, ne? Ich muss gleich ein Auto suchen mit Schiebe da. Rolls Royce hat Sterne, weil der hat kein Schiebe da. Zeige eigentlich, zeige ich nicht. Nee, voll geil. Nee, cool. Du kannst, kannst du zoomen? Ja, geht auch zoomen. Ach, das ist heftig. Guck mal, das bin ich. Nee, ist wirklich, also nicht schlecht. Ich glaube, da können wir echt coole Sachen mitmachen. Ja. Jo. Was ist das? Ach, kannst du direkt, hier, guck mal her. So, so vorne hinten, glaube ich. Mhm. Geil, was ist das? Jetzt ist es gestoppt. Ja? Nee, läuft weiter. Foto gemacht. Das weiß ich nicht, was er gemacht hat. Ach, markiert. Was habe ich denn markiert? Ach, ich bin doch doof, ich mach das hier. Das ist, äh, es ist, äh, komisch, weil, man hat das hier auf dem Display und, äh, eigentlich mach man so. Ähm, kann man das Fisch-Augen, äh, äh, look ein bisschen? Ja, das musst du aber gleich am Computer machen. Vorher ausschalten, oder? Nee. Das, bei der Bearbeitung. Also, steht geil. Also, die Kamera ist echt, echt cool. Äh, äh, es gibt da, diesen Saug-Knopf noch dazu. Kann man das auf und dran machen. Müssen wir mal schauen. Mhm. Aber auf jeden Fall, mit der Kamera, was wir machen können, Interieur bei dem McLaren machen. Sollen wir das mal als erstes Test-Video? Jo. Okay. Dann, let's go. Sollen wir das mal so. Das Mal. Sollen wir das mal so. Wenn wir das mal UW… Kalau權 einer war, we爲st das Mal. Ich freu mir das ja weil wir?! Wir, we credentials! Vielen Dank.